Wir stehen hier in der Halle 11 des Messegeländes Wieselburg. Hier starten heute Abend die Tuning Days. Der Organisator Roman Knoll auch hier schon fest bei den Vorbereitungsarbeiten. Ich werde auch gleich mit dir anpacken. Was müssen wir denn noch alles tun, damit hier alles steht? Also wir sind in den Endvorbereitungen jetzt schon. Wir arbeiten seit zwei Tagen. Wir haben eigentlich nur noch die Dekorationsarbeiten, die Kleinigkeiten, Bar-Einräume. Getränke kühlen, das Wichtigste für den heißen Tag, was morgen ansagt. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Und diese ganze Halle oder diese ganzen Hallen und das ganze Gelände verwandelt sich dann ein Paradies für Autoliebhaber. Was wird uns denn da erwarten? Also wir erwarten 250 Fahrzeuge Indoor und circa 700 Fahrzeuge am Freigelände. Ist vom Haupteingang der Messe das gesamte Gelände eigentlich voll. Befast and the Furious bei uns in Wieselburg in Niederösterreich.